so eine wunderschöne guten morgen ich begrüße alle ganz herzlich zum guten morgen börse gemeinsam mit xtb heute ist freitag der dritte november 2023 es ist der erste freitag im monat und heute natürlich ein blick auf die nonfarm payrolls den wir uns gönnen wollen werden sie so spektakulär sein ich nehme es bereits vorweg ich glaube nicht ich glaube die nonfarm payrolls die spielen eher eine untergeordnete rolle ganz besonders jetzt nach der fett leitzins entscheidung und der geldpolitisch ja haltung oder beziehungsweise reformulierung des status quo der aber im zinsmarkt dazu geführt hat dass es doch zu einem deutlicheren rücksetzer gekommen ist also rücksetzer im zins beziehungsweise im tlt im etf der 20 jährige und länger laufende bonds abbildet hat es einen break über die 85 gegeben das hatten wir kurz zum wochenbeginn ja zum thema gemacht das wäre ein möglicher trade gewesen und in folge dessen ist es eben auch dann in equities zu aufschlägen gekommen zu einer deutlichen eroberung der fünftage linie sei es im qs oder sei es auch also im etf auf der nasdaq 100 sei es auch im smp 500 im spider zum beispiel und auch der dax hat natürlich im windschatten dann einen push zurück über die 15.000 zu sehen bekommen aber jetzt ja ich glaube jetzt sind wir so ein bisschen fertig erst mal auf der oberseite die sind wieder so ein bisschen in einem cherry pick modus jetzt vielleicht kurzfristig jedenfalls und da haben wir glücklicherweise natürlich einige earnings also das heißt ja im apple das wird allerdings glaube ich jetzt nicht so spektakulär das könnte übrigens auch ein grund sein warum der markt übergeordnet so ein bisschen austopft vielleicht vielleicht ist ein draftings interessant oder vielleicht auch eine square nach den earnings gestern draft games interessanterweise ganz besonders also man sieht heute wird es ein allgemeiner überblick werden mit ausblick auf die norm perus bevor wir offiziell starten erst der blick auf den risikohinweis und dann gehen wir in die charts also devisen und cfd sind komplexe handelsinstrumente die werden auf margin getradet gehen mit dem hohen risiko hinterher schnell geld zu verlieren sind ausgehend hiervon nicht für jeden einiger geeignet bevor mit dem handel beginnt erstelle man bitte sein persönliches risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen finanzberater lade sich dann auf xdb.com kostenlos eine demo herunter testen risikofrei schauen ob der handel mit diesem produkt sich für ein eignet und sofern man das für sich mit ja beantworten kann hat man auch die möglichkeit ein live konto zu eröffnen diesbezüglich alle informationen verstehen risiko und weiß findet ihr auf xdb.com.de darüber hinaus geht ganz kurz in eigener sache der hinweis bitte nichts in den folgenden minuten hier als anlageempfehlung missverstehen es handelt sich um ein reines informatives edukatives war das wort was ich besucht habe event also ihr könnt gerne eure fragen stellen unterhalb des videos in der kommentarfunktion aber bitte nichts als anlageempfehlung missverstehen hier haben wir die kontaktdetails wenn ihr fragen zu xdb als broker habt kontoeröffnung kontoeinrichtung plattform und dergleichen und auch e mail adresse kurz zu xdb als broker bester cfd brokers 2023 ausgezeichnet von broker wahl die gründe dazu geführt haben einmal links aufgeführt ein grund könnte ist mit sicherheit auch die xstation gewesen und in die wollen wir uns jetzt hier ganz kurz begeben und einen blick darauf werfen also wir wollen einen blick werfen zunächst auf den dax und das vielleicht beschränkte aufwärtspotenzial kurz zum thema machen was wir jetzt noch haben im rahmen der aktuell laufenden aufwärtsbewegung die sich auch gestern weiter fortschrieb wie von mir erwartete ehrlich gesagt nach der ja doch bullischen reaktion auf die fett also zum wochenbeginn berische die wir entschuldigung bullische die wir ganz was natürlich bullische divigenz marginal tiefere tiefs die auf ein sich abschwächendes momentum hindeuteten in folge nämlich höherer tiefs die wir im rsi ausgebildet hatten wir hatten es hier zum thema gemacht gehabt gegen bewegung dann kommt die fett und die rhetorik ist eins zu eins ein abziehbild dessen was wir im september zu sehen bekommen haben vor sechs wochen der markt reagiert darauf positiv denkt sich gut das war es dann jetzt wohl mit weiteren zins anhebungen es gibt eine bullische reaktion und die schreibt sich dann eben über den gestrigen handelstag auch fort jetzt der punkt wir haben wenn wir hier die fett hochs vom september mit den oktober hochs verbinden an abwärts trendlinie zu ziemlich genau korrespondierend tatsächlich hier mit dieser region um 15.300 15.400 punkte ungefähr wo ich sagen würde da ist wahrscheinlich erst mal ein deckel drauf besonders nach solch einem überdehnten lauf wir haben heute ein ja eventuell potenziellen trigger mit den nonfarm payrolls kurz auf den kalender hier in der xstation geblickt heute haben wir die nonfarm payrolls die veröffentlicht werden wie auch im vormonat war es so die adp zahlen eher enttäuschend das ist am mittwoch bereits gelaufen gewesen mit 113.000 da gehen wir mal auf die ganze woche und gehen auf den mittwoch da kann man das hier noch sehen da sind die 100 wo sind wir jetzt mittwoch 113 wo sind sie 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 diese woche muss ich kurz mal suchen da sind die jules da sind die adp zahlen verzeihung da sind 113.000 gegen 150.000 erwartet im vormonat mit 83 veröffentlicht worden wir erinnern uns daran im vormonat war das die initialzündung auch für diesen kurzen flash tiefe und einen starken lauf in gold auf der oberseite vielleicht gibt es ein ähnliches szenario heute ich habe ein entsprechendes szenario eingezeichnet gehabt gehen wir ganz kurz hier auf gold gerade für die kunden von xtb dass es da vielleicht so ein flash szenario gibt allerdings war der modus hier ich denke wesentlich mehr ich sag mal in play deswegen bin ich mir nicht so sicher ob das wirklich ein realistisches szenario ist ich möchte aber weiterhin erstmal nicht long sein ich gehe davon aus dass gold eine realistisch gute chance hat in den kommenden wochen deutlich tief über die 2000 zu laufen und auch neue allzeithochs zu markieren möchte allerdings bis dato noch meinen pulver trocken halten ich denke wie gesagt sind so eine finale bestätigung so ein kurzer flash mit den käufern die reinkommen push über die 1090 das wäre ein wesentlich interessanteres szenario wie gesagt die non-farm payrolls heute vielleicht ähnlich wie im vormonat also erwartet werden sie noch mal kurz in den kalender gehend heute mit da kann man es sehen 180.000 ähnlich dem vormonat da sind sie veröffentlicht worden mit 336 das hätte man nicht erwarten können adp zahlen wie gesagt haben wir relativ enttäuscht also das bedeutet etwas anders formuliert vielleicht ein ähnliches szenario mal gucken weil die equities darauf reagieren ich hatte gerade zu den kunden von xtb hier im live event gesagt eine choppige performance insgesamt also insgesamt erwarte ich eine bullische drift höher übergeordnet sehr also da weiter den vorteil eher long aber dynamisch so wie das jetzt die letzten genau gestern ganz besonders gelaufen ist oder die letzten tage vielleicht auch ich glaube das wird es eher weniger werden und demnach würde ich mich zurückhalten sowohl im dax als auch im s&p da sehen wir auch ähnliche konstellation hier im daily chart vorstoß im bereich dieser abwärtstrend linie dies erstmal gebrochen zu sehen gilt beziehungsweise hier im falle des nasdax sehen wir zum beispiel etwas relativ stärkere konstellation tatsächlich mit noch potenzial auf der oberseite also der tech bereich da könnte es durchaus noch interessant sein wenn wir aufschläge zu sehen bekämen dann die obere flaggenbegrenzung so möchte ich es ja mal bezeichnen das spannende ist jetzt vielleicht auch stichwort das wird man jetzt vielleicht ein bisschen häufiger hören stichwort jahres endrally damit ich denke dass es eine jahres endrally geben kann wir haben jetzt schon mal einiges in die richtigen bahn gelenkt aber wirklich das signal jahres endrally denke ich sehen wir erst mit einem break und halten hier oberhalb dieser oberen bullenflaggenbegrenzung meiner einschätzung nach also das bedeutet das ist ungefähr hier so dieser bereich 15 400 pi mal daumen 15 300 15 400 da willst du sehen dass wir drüber laufen und möglichst auch in den monatsschluss hinein chancen sind da definitiv wir haben thanksgiving ruhiges treiben aber bis dahin ist das erstmal nichts anderes als eben nur eine rein technische konstellation hier auf der auf der oberseite mit noch ein bisschen potenzial welches gegeben ist aber noch mal jahres endrally erfordert dass da noch mal ein bisschen was mehr kommt und so dann sind wir bei den cherries cherry picking in dem zusammenhang und wie gesagt wir hatten gestern nachbörslich ja noch die apple earnings apple ist nicht unbedingt mein play nummer eins also man kann das bei vielen lesen im hinblick auch auf längerfristige portfolios und ich muss gestehen ja klar eine apple im portfolio zu haben ist keine so schlechte idee das gleiche gilt auch für eine microsoft vielleicht sogar noch ein bisschen eher mehr tatsächlich umfeld aber nichtsdestotrotz glaube ich dass das kurspotenzial ein bisschen begrenzt ist zum einen weil ich eben den konjunkturellen gegenwind sehe und mir die frage stelle logischerweise sehe ich hier wirklich die notwendigkeit ein iphone mir kaufen zu müssen jedes jahr ein neues umsätze sprechen für sich wir gucken mal ganz kurz auf die apple earnings also die antwort ist scheinbar ja menschen gehen scheinbar weiter in die apple stores kaufen ihre iphones und sagen dann eventuell tut mir leid liebes kind aber dieses jahr fällt weihnachten für dich aus ich möchte das neue iphone 15 haben okay fair enough ja spaß beiseite also der umsatz auf jeden fall weiter sehr sehr stark neues allzeithoch 89,5 milliarden 1 dollar 46 gewinn pro aktie gegen 1 39 erwartet iphone revenue ebenfalls das ist dann explizit jetzt auf dieses beispiel gerade 43,81 gegen 43,73 aber und das ist eben das was mich so ein bisschen beunruhigt schon seit geraumer zeit neben dem aspekt das ist weniger beunruhigend als er ein bisschen enttäuschend ehrlich gesagt dass sich apple noch nicht so konkret positioniert hat im bereich künstliche intelligenz nämlich greater china revenue also das heißt die spannungen mit china die machen sich bemerkbar auch in den absätzen hier seitens der apple produkte in china 15,08 milliarden gegen 17,01 das ist wahrscheinlich auch der grund dafür warum gestern in den after aus hier apple dann mit minus drei prozent sich aufgetan hat das könnte auch noch mal darüber hinausgehen ausgeht von der hohen marktkapitalisierung von apple natürlich dazu beitragen dass wir er so ein bisschen konsolidierend auf der oberseite uns jetzt entsprechend präsentieren für den breiten markt längerfristig wie gesagt kann ich mir vorstellen dass apple zwar einerseits seine daseinsberechtigung im portfolio weiter behält aber ich möchte die positionen ungern weiter ausbauen sondern eher halten vielleicht sogar leicht reduzieren und andere stärkere wachstumstitel irgendwie betracht ziehen microsoft wäre da zum beispiel einer im big tech bereich auch der tesla im wachstumstitel wobei natürlich da das argument stichwort hohe zinsen und dergleichen konnte gegenwind auch dann logischerweise aufkommt wenn kein iphone willst warum willst du denn dann ein elektroauto haben aber das ist ein anderes thema fakt ist auf jeden fall apple hat seine daseinsberechtigung in dem portfolio aber ich würde sagen nichtsdestotrotz irgendwie nicht der lack ist ab aber das wachstum kommt zum kommt so ein wenig zum erliegen meiner einschätzung nach also flacht sich deutlicher ab ist weitergegeben aber flacht sich ab und deswegen bin ich da so ein bisschen zurückhaltend für die nächsten sechs bis zwölf monate trading technisch sowieso die aktie mal schauen ob die so dynamisch ist ein kandidat wie gesagt im einzeltitel bereich wäre der draft kings hier kann man schon einige linien erkennen die hatte ich gerade eingezeichnet für die für die xcb kunden sportwetten anbieter ist jetzt keine langfristige portfolio geschichte aber vielleicht etwas was im trading bereich heute ganz interessant sein könnte hat ich finde sehr sehr starke earnings und vor allem auch eine extrem starke guidance geliefert wir sehen auch drag kings dkng hier auftauchen mit einem gap von sieben prozent und höher 3,5 millionen stücke das vielleicht noch mal ganz kurz einordnen dkng hat jetzt nicht funktioniert jetzt gerade nicht hat immer ein bisschen schwierigkeiten hier finden wir sind manchmal auf jeden fall aktiv gehandelt wie gesagt starke guidance ist die wir die wir zu sehen bekommen in dem zusammenhang für jetzt den rest des jahres beziehungsweise auch für das jahr 2024 deutlich über der erwartung und wie gesagt auch relativ stark gehalten in der jüngeren vergangenheit also rein jetzt aus der trading technischen perspektive in der jüngeren korrektur die wir zu sehen bekommen haben das ist ein bad tick oder was auch immer den mit dem man den man ignorieren kann also halten relativ stark ehrlich gesagt geppen jetzt hier höher die gestrichelte linie das ist ungefähr die 31 das ist das level was wir jetzt hier rausnehmen also wir gehen über die oktober hochs und ich sehe da durchaus noch potenzial in den wochenschluss hinein also über 32 33 vielleicht sogar vielleicht sogar noch höher 34 auf der oberseite durchaus denkbar besonders wenn der übergeordnete markt stabil hält auf die non-farm payrolls also drafkings scheint mir ein interessanteres play zu sein vielleicht auch square nebenbei aber square wiederum als zahlungsdienste bieter ja wir haben scharfes gap zu sehen bekommen das sehen wir jetzt hier noch nicht aber ein gap über die 50er marke aber deutlich beaten down und und so ein bisschen mit mit zweifeln behaftet so stark waren die waren die zahlen auch nicht also drafkings dkng scheint mir interessantes play in den wochenschluss zu sein als kirsche in einem sonst wahrscheinlich erdschoppigen treiben folgend auf die non-farm payrolls heute um 13 30 so das heißt meinerseits gewesen schönes wochenende wünsche ich euch happy trading passt auf die stops auf und wir hören uns am montag wieder habt euch wohl macht's gut bis dann